Passion Dads hier, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal CasIncredible und heute guckt ihr mit mir zusammen das neue Lied von der Kosovo-Albanerit und dem Griechen. Also Rina und Sinboy haben ein Lied zusammen rausgebracht. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Lied schon älter, aber das Musikvideo ist jetzt neu, frisch draußen. Das Lied heißt Cha-Cha. Ich hab's mir glaube ich noch nicht mal angehört. Oder? Ich weiß gar nicht. Dann werde ich auffallen, denke ich mal. Und ja, ich würde dann sagen, lasst uns mal anfangen. Zurena hat schon einige Reactions gemacht, falls ihr die noch nicht angeschaut habt, könnt ihr mal beigucken auf dem Kanal. Und falls ihr euch allgemein interessiert seid auf Reactions zur Balkan-Musik, dann vergisst nicht ein Abo dazulassen. Ich würde auch sagen, lasst uns mal anfangen. Reina. Achse boi. Bin gespannt. Reina mit kurzen Haaren. Wir haben englisches Unterricht. Ich glaube der singt auch frisch. Rina sieht hier so heiß aus. Das was sie an hat und dann ihr Tattoo hier noch am Bauch. Oh, das Hintergrund ist schön. Was ist ein Liebeslied? Was heißt denn Ali-Ki? Ali-Ki? Oh, krass. Schuhe. Von Musik her gibt es mir so, äh, so Latino-Touch, spanischen-Touch. Hauptsache da ist jemand mit Violine hinten hinterlegen. Yes, ich hab mich schon gesagt. Ich bin drin. Oh, krass. Oh, krass. Ich bin da aus. Oh, krass. Alles ist eine Schluft-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai. So ist ein Liebesfeld aufs Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai. Oh. Oh. Irgendwie ist das die voll süße Sonne. Cool. Das war das Lied Cha Cha von Rina und Thinboy. Liken wir ihr auf jeden Fall und cool, cool. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare und falls ihr weitere Vorschläge habt zu anderen albanischen Musik oder auch griechische Musik könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr Balkan Reactions. Ich sage euch auch Dankeschön für das Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye. 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 Bye.